K-k-k-cool. Was? Nicht zieh weg. Wo sind wir? Bin ich denn jetzt hin? Ach hier. Ah. Der Schatten war aus wie eine Krankheit, versetzte die Schattenwesen in Angst und trieb sie in immer tiefere und dunklere Löcher. Aber von den Tiefen des Abgrundes erhob sich der Große. Ein Kämpfer, der mächtiger war als alle vor ihm. Ein Titan von unermesslicher Macht und Wildheit. Er begab sich auf den Weg, um dem Schicksalsschlechter entgegenzutreten, ihn zum Kampf zu fordern. Der Titan kämpfte mit der Wut der zahllosen Opfer des Schicksalsschlechters. Und doch fiel er. Und im Schatten seiner Niederlage wurde die Horde in die Flucht geschlagen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was dieser angebliche Titan so kann, hm? Bin ich ja mal gespannt. So, wo muss ich denn hin? Ich möchte hier zur blauen Tür. Und da muss ich auch hin. Ein Geheimnis fehlt uns natürlich wie immer. Kunstschuss. Töte eine verlorene Seele mit einer anderen... Oh, okay. Ach, egal. Die Mission kann ich ja auch irgendwann nachholen. Hier geht's raus und... Oh. Berserker. Boah. Ja, ist... Jetzt rast ich aus. Ganz, jetzt rasten aus. Kein Bug oder so. Die NATO-Herausforderung beendet. Da ist noch einer. Zack. Ich bin ja eigentlich für die Raketenwerfer. Den gibt's aber egal. Egal, 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 egal. Boah, es ist in deinem Gesicht. Oh, da. Da. Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Das zählt nicht. Okay, das war blöd. Aber egal. Egal. Hier, durch die blaue Tür müssen wir. Nein. Oh! Olivia Pierce und ab ins Portal. Nicht alles geschafft, aber was soll's, komm. Ganz ehrlich, man kann nicht immer alles schaffen. Halb so wild. Die Totenstadt. Die Totenstadt! Das ist die Hölle gekämpft und den Titankern gefunden. Ein Portal, das sich einen Schritt näher an den Schmelztiegel und den endgültigen Sieg über die Mächte der Hölle bringt. Du musst die Wächter des Schmelztiegels vernichten und dir holen, was dir gehört. Hm. Der Schmelztiegel. Okay. Ähm, hier gibt's wieder einen Haufen. Oh, hier gibt's noch Haufen Zeug zu holen. Das ist leider kein direkter Bossfight. Von daher würde ich sagen, bevor ich hier jetzt noch so lang brauche, ich hab da schon ein bisschen was anderes zu tun, bevor ich hier so lang brauche und alles sammle, mache ich hier jetzt den Cut und mache hier die Aufnahmepause. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war diesmal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schneller, ein bisschen fast pacer. Das war absichtlich, ähm, damit ich die Aufnahme einfach schneller, sorry, mich die Aufnahme einfach schneller machen kann und ein bisschen, ein bisschen flexibler schneiden kann und so weiter. Dass die Aufnahme halt nicht so lang ist und wir so lange Zeit verschwenden mit, mit Dingen zu suchen. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Du, kommt langsam mal am Ende, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch ein Bossfight für uns oder noch mehr, ich weiß es nicht. Also einen Boss haben wir ja, aber wir haben noch ein ganzes Gebiet und danach bestimmt noch ein, zwei, drei weitere Gebiete. Von daher, wir haben noch echt viel zu tun. Ähm, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt wie immer gesund, bleibt munter und vor allem bleibt flauschig, euer Wuschol. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zurück. Bei Doom. Wir sind in der Totenstadt und suchen den Schmelztiegel. Und den Weg zum Schmelztiegel. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich, war ich hier unten schon? War ich hier? Uiuiui. Äh, war ich, war ich hier schon? Nö, da kann ich rein. Ey, dieses Blut hier auf dem Boden ist echt fies. Fies, fies, fies. Okay, da ist zu. Das sollen, das sollen so nicht sein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich dann doch hier lang auf den. Na gut, was soll's. Ah. Items. Cyber Mancubus. So. Keine Doppel-Action. Scheiße. Scheiße. Das ist laut. Oh. Oh, ah, Gott. Oh, cool. Hallo, ich hab doch. Alter. Boah, dieses Soundcullis ist auch fies. Boah. Oh, hier ist zu. Okay. Aber hier ist auf. Cool. Ähm, ist hier uns noch was? Ne, da ist zu. Da, da ist. Ah, ich mach mal hier oben. Aha, das ist immer. Und es gibt ein bisschen Leben oder Rüstung? Rüstung, als er was uns fehlt. Alles voll, blablabla. Sorry. Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütete, stieß der Hellwalker auf den Armseligen, der ungenannt bleibt. Seiner Ketzerei aber an seinem bösen Ziegel festhielt. Er tat dem Schicksalsschlechter eine mächtige Rüstung aus den Feuern der Hölle. Undurchdringlich und unüberwittbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran, all jene zu vertreiben, die noch nicht durch seine raumlose Wildheit gebrochen waren. Okay, mit Schwert und Schild. Interessant. Wir laufen hier mit Maschinengewehr rum und der hat Schwert und Schild. Na ja, gut. Äh. Och nö. Och nö. Och tot, cool. Ähm, das hat besser funktioniert, als erwartet. Ähm, wo sind denn die ganzen Gegner? Da war noch mehr, oder? Na gut, okay. Ähm, Kette sehe ich. Und wir hätten nur mit einer Kettensäge festmachen können. Oh, ich nehme jetzt erst drauf. Scheiße. Oh. Aber jetzt. Zack. Oh, jawoll. Ich auch. Zack. Oh. Geil. So weit auch noch. Ah, hier. Das ist drei. Da unten gab es da auch noch. Oh. Ach komm. Zack. Mit der Doppelschruttwinte. Zack. Ah, was sagst du jetzt, hä? Was sagst du jetzt? Pfff. Sagt er. So. So. So, 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 so. Da ist jetzt auf. War ja vorher schon auf. Nee, ne? Aber wir sammeln uns erst nochmal das hier ein. Zack. Und dann ab hier längs. Nice. Noch dreimal. Das kommt doch hin, oder? Ja. Nein. Schade. Ich möchte den Doppelpugel haben. Jawohl. Noch einmal. Kommt, die beiden müssen noch oben jetzt da. nehmen können. Kommt schon. Ah, schade. Okay. So weit auseinander. Nicht schlimm. Ähm, ansonsten, da ist ein Schädel. Ach komm, machen wir den mal auf. Dann will sie wahrscheinlich abgehen. Ja. Oh. Ich mag den nicht, diese Bälle. Aber er ist tot. Oh. Oh. Ach, noch einer. Okay, gut dann. Mach ich doch mal jetzt hier die... Ist das Hass? Hass, ja. Nice. Doppeltrubel. Oh. Tot. Boah. Oh. Leider bin ich erschrocken. Kommt die mal zusammen irgendwie, oder so? Geht das? Wäre das möglich. Ah, schade. Nein, ach. Ich muss auf die Pumpgun aufpassen. Ich habe schon im Schädel mitgezogen. Also der ist auch weg. So, den können wir jetzt hier mit dem... ...Hittenwerfer bliffen. Oh, drei vor fünf. Schaffen wir auch noch. Zack. Boah. Das ist so krass wie die Platzen einfach. Einfach krass wie die Platzen. So. Sammeln die Rüstung ein. Das Leben brauchen wir zum Glück nicht. Munition haben wir auch. Alles, was wir hier kriegen könnten, haben wir. Hm. Aber was ist denn hier? Ah, Minimap. Cool. Naja, Automap meine ich. Da ist nix. Dann sollen wir uns den Schädel ein. So. Nicht denn jetzt. müssen wir nicht schon mal gewesen sein hier müssen wir nicht er kann doch bestimmt in der mitte runter oder da unten ist wie komme ich hier unten dran durch da rein und möchte auch da springen so nicht ja gut na gut dann ja geben wir oben durch die tür und da können wir auch warum kann ich auch da lang ach so was auch immer ich damit gemacht habe boah ekelhaft hier hinten ist nix na gut dann gehen wir durch oh je das sieht irgendwie fies aus hier gibt es nur zwei extras und die können wir uns noch holen ansonsten weiß ich gar nicht was es noch so gebe da hinten ist noch irgendwas aber komme ich da hin also komme ich da überhaupt hin aktuell sieht es nicht so aus komm jetzt mach doch mal hin jetzt mach doch mal hin so viel dacht da war denn auch alter boah das ist lästig mit der pistole ey oh man geht es überhaupt mit der pistole ich hoffe es geht mit der pistole ich hoffe es geht mit der pistole komm jetzt machen wir halt mal hin die sechs so guck mal hier vielleicht nochmal ein doppeltrugel hin schön wärs aber ich glaub eher nicht ich glaube das ist auch jetzt der falsche ich glaub der hintere wäre der schon leicht verwundete alter braucht er viel voll boah wie lästig einfach jetzt verreckt doch mal dann halt du jetzt man ich weiß ich bin ich bin gerade beim überlegen ob das überhaupt geht guck dir an wie der schon aussieht man ich bin auch echt nicht mehr so lang hin sein scheiße ja jetzt komm scheiße okay ja das läuft echt nicht so wie geplant aber gut dann